Wieder heilen. Scheiße, dumm. Geh weg von mir. Oh, fuck. Äh, jetzt Drainage-Magie. Komm, trifft. Nein. Dumm. Nochmal. Schon wieder nicht getroffen. Fuck. Ja, getroffen. Okay. Nein, und mein Antivier hat sich geöffnet. Scheiße. So, weiter geht's. Okay. Wieder volles Mana. Aber ich muss mich wieder heilen. Scheiße, ist das dumm. Oh. Nö, hau ab. Hau ab. Geh weg von mir, Junge. Oh, wie dumm. Guilty. Ach, ist das nicht schön. Hm, nicht. So. So. Okay. Das wird langsam echt eng. Er hat nicht getroffen. Oh, geil. Sehr schön. Jetzt werde ich die Chance nutzen und ihn wieder ein bisschen mit meinem Stock hier bearbeiten. Bäm! Gott, er macht so viel Schaden. Okay, ich muss wieder weg. Dumm! Leute, ich mag den Gegner nicht. Er hat nicht getroffen. Ich mag ihn doch. Er ist ganz cool. Oh Gott. Ich will nicht mehr. 22. Gut, also, sagen wir mal so, der... Weiß nicht, was ist das? Stein? Das ist, glaube ich, Erde wahrscheinlich. Scheinbar. Oder irgendwie so. Ähm. Ist auf jeden Fall irgendwie nicht so stark. Der Zauber. Aber das ist bei den meisten ja so. Gott. Ich brauche da wieder Mana. Sehe ich. Ja, ja. Spieß mich nur auf, Junge. Ist schon in Ordnung. Ich hab dich auch gern. Arschloch. Ach, schön. Er hat nicht getroffen. Ist gut. So, dann werde ich jetzt auch gleich wieder Drainage-Magie einsetzen. Zack, zack, zack. Hier. Und. Ja, es hat funktioniert. Ja. Gut. Ich bearbeite dich wieder. Mein Freund. Er sieht irgendwie seltsam aus. Der Gute. Okay, er hat nicht getroffen. Oh, schön. Er hat nicht getroffen. Und ich auch nicht. Yay, Aaron. Du bist der Beste. Woo. Wenn du mal die Chance hättest. Mal wieder richtig zu punkten. Dann. Lässt du's auch nicht aus. Dann auch nicht zu punkten. Yeah, ich mag dich, Aaron. Kleiner Rotzlöffel, du. Oh, ja, schön. Bist du steht da Mist? Ich werde auch immer nur einmal getroffen. Schön. Das ist gut. Gott. Geh doch bitte einfach jetzt dann sterben, wenn's geht. Nein, willst nicht sterben. Lala. 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 Schön. So. Jetzt versuche ich ihm wieder Mana zu klauen. Gut, das Wasser auf Level 50 ist. Wirklich. Ich wusste schon, warum ich das liebe. Yay. Hat funktioniert. Anheb. So. Jetzt gibt's wieder Haue. Mit dem Stöckchen. Aufs Nüsschen. Ohoho. Ja. Ich bin mal wieder heute sehr lustig. Oh Gott. Stepp doch jetzt einfach. Nein, Aaron. Nein. Dumm. Einmal kann ich noch. Okay. Einmal kann ich noch. So. Jetzt nicht mehr. Ich lauf mal weg. Lala. Nein. 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 Den falschen Zauber ausgewählt. Ja. Leute, ich mach Schluss für heute. Wir sehen uns dann das nächste Mal direkt vorm Boss wieder. Bis dann. Ciao.